Sir Arthur Conan Doyle, William K. Stewart 23. Die Gemeinschaft der Gralshüter Der Sherlock Holmes Adventkalender Der heilige Gral Gelesen von Mark Schülert Wir verließen die Temple Church in Richtung des großen südlichen Vorplatzes. Vater Abraham hatte doppelt Recht behalten. In der Umgebung wimmelte es schlagartig von Polizisten und sie hatten Hans Gruber bereits in Gewahrsam genommen. Holmes wies sich gegenüber dem provisorischen Einsatzleiter als Ermittler im Regierungsauftrag aus und informierte ihn oberflächlich über die Schießerei in der Kirche, wo es einen zweiten deutschen Agenten zu finden gab. Dieser war freilich längst tot. Ein genauer Bericht über die Ereignisse musste auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, denn es stand ja noch die Befreiung des Professors aus. Folgen Sie mir, meine Herren, meinte Vater Abraham. Wir treffen einen Kollegen von mir an der Kreuzung Temple Avenue und Tudor Street. Diese Ortsangabe verlangte lediglich einen kurzen Fußmarsch durch den verwinkelten Gebäudekomplex des Tempelbezirks. Als wir ankamen, sahen wir jedoch nicht wie erwartet einen weiteren Priester, sondern erlebten eine neuerliche Überraschung. Wir trafen auf Benjamin Scott, den Archivar des King's Colleges. Im Gegensatz zu unserer ersten Begegnung, als er uns schließlich Troys Notizen ausgehändigt hatte, machte er diesmal keinen verwirrten Eindruck mehr. Ihr Kollege ist Mr. Scott? fragte ich erstaunt. Auch dies bedarf wohl noch einer gewissen Erläuterung. Vater Abraham nickte mir freundlich zu, ehe er sich an Scott wandte. Es ist vollbracht, verkündete er. Beide Agenten sind neutralisiert. Das sind gute Nachrichten, erwiderte dieser. Ich konnte in der Zwischenzeit ihren Lastkraftwagen entdecken. Er steht in der Tudor Street, gleich hinter dem Automobil des Erzbischofs. Und haben sie ihn geöffnet? wollte Abraham wissen. Nein, antwortete Scott. Das wollen wir den zuständigen Ermittlern überlassen. Mr. Holmes, Dr. Watson, kommen Sie. Nun führte uns der Archivar weiter, bis wir den Standplatz unseres Automobils erreichten. Direkt daneben stand tatsächlich ein schwarzer, geschlossener Lastkraftwagen. An der Rückseite gab es Flügeltüren, die mit einer einfachen Vorrichtung von außen versperrt waren. Holmes und ich lösten gemeinsam den Riegel und öffneten die Türen. Im Inneren des Wagens fanden wir tatsächlich einen älteren, bärtigen und weißhaarigen Mann, der uns vom Sonnenlicht geblendet entgegenblinzelte. Wer sind Sie? stammelte er. Wo sind die Deutschen? Es ist alles in Ordnung, sagte Holmes. Sie sind in Sicherheit. Professor Christian Troy nehme ich an. Der bin ich, bestätigte der Mann. Und Sie sind? Sherlock Holmes, erklärte mein Freund. Beratender Detektiv, zurzeit tätig für die Regierung ihrer Majestät, um ihre Entführung aufzuklären. Das ist hiermit geschehen. Betrachten Sie sich als gerettet. Er reichte dem Professor eine Hand, um ihm von der Ladefläche zu helfen. Offensichtlich war Troy ein wenig geschwächt von den Mühen und der schlechten Behandlung der letzten Tage. Doch schließlich stand er wieder fest auf dem steinernen Straßenuntergrund. Er sah sich um und stellte scherzhaft fest. Ah, London! Holmes lächelte und meinte, es war ein langer Weg und eine weite Reise. Doch am Ende sind wir wieder hier, wo wir begonnen haben. Wir kommen eben aus der Tempelchurch. Plötzlich überwand Troy seine Müdigkeit und rief mit leuchtenden Augen, »Haben Sie den Gral gefunden? Ich muss ihn sehen!« Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, entgegnete Holmes, »aber diese Frage muss ich verneinen. Wir haben jedoch einen neuen Hinweis erhalten. Malum Aureum. Malum Aureum«, wiederholte der Professor nachdenklich, doch offenbar kam er zu keinem Ergebnis. »Ein goldener Apfel? Ich muss gestehen, das sagt mir nichts.« »Es wird sich alles aufklären«, versprach Scott. »Erst jetzt«, erkannte Troy seinen Assistenten. »Mr. Scott, was tun Sie hier? Sollten Sie sich nicht im Keller des Universitätsgebäudes verstecken? Und wer sind überhaupt die anderen beiden?« »Mein Name ist Dr. John Watson«, stellte ich mich vor. »Ich arbeite mit Mr. Holmes zusammen.« »Und ich bin Vater Abraham«, ergänzte der junge Priester, Sekretär des Erzbischofs von Canterbury. »Welch illustre Runde«, attestierte Troy. »Und wer von Ihnen löst nun das finale Rätsel des goldenen Apfels?« »Das werden Vater Abraham und ich übernehmen«, erwiderte Scott und atmete tief durch. Dann begann er, »Sie haben sich als würdig erwiesen, eingeweiht zu werden. Wir beide gehören zu einer geheimen Gesellschaft, die sich dem Schutz des heiligen Kelchs verschrieben hat.« »Eine Geheimgesellschaft?« unterbrach ihn der Professor sofort. »Sehr aufschlussreich. Und wann wollten Sie mir das sagen? Scott ließ sich nicht beirren, sondern setzte fort. Wir sind seit Langem im Verborgenen tätig, seit der Gral im Heiligen Land gefunden und nach England gebracht wurde. Das war vor rund 700 Jahren. Die Tempelritter Fitz-Ears, Mauvie, Tracy und Briteau waren die ersten Gralshüter. »Die Mörder von Thomas Beckett«, warf ich ein. »Ich wusste es.« »Sie sind vom Kreuzzug zurückgekehrt.« wusste Scott weiters zu berichten. Mit einer neuen Aufgabe. Den Gral vor Missbrauch zu beschützen und seinen Aufenthaltsort zu verbergen. Als der letzte von ihnen in Somerset verstorben ist, wurde das Wissen innerhalb des Templerordens weitergereicht. An auserwählte Personen, von Generation zu Generation. Nach der Auflösung des Ordens mussten wir uns als geheime Gesellschaft organisieren. Dieser Gemeinschaft der Gralshüter gehören auch Vater Abraham und ich an. Doch die Arbeit unserer Vorgänger, führte nun der Priester aus, wurde in Perioden der politischen und religiösen Unsicherheit immer schwieriger. Heinrich VIII. und Oliver Cromwell gelang es jeweils beinahe, unsere klandestinen Strukturen zu zerschlagen. Schließlich wurde die Entscheidung gefällt, den Gral gewissermaßen unauffindbar zu machen. Doch legten unsere Leute eine Spur, die über verschiedene Stationen und Unterkenntnis literarischer, mythologischer und religiöser Schriften verfolgt werden kann. Bis in die Temple Church. Dies war unsere Absicherung, falls wir gänzlich handlungsunfähig würden. In diesem Fall würden sich die richtigen Personen als würdig erweisen, die Rätsel zu lösen und den Gral wiederzuentdecken. Diesen Spuren sind wir gefolgt, meinte Holmes. Von Canterbury über Glastonbury bis Wales und Cornwall sowie zurück nach London. Die über Jahre zusammengetragenen Aufzeichnungen des Professors dienten als Handlungsanweisungen vor Ort, wenn man sie zu interpretieren und anzuwenden wusste. So ist es, bestätigte Scott. Sie, meine Herren, sind auf diese Weise bis hierher gekommen. Sie haben sich als würdig erwiesen. Das gilt allerdings auch für die deutschen Agenten, konstatierte Holmes. Auch ihnen ist es immerhin gelungen, bis in die Temple Church zu gelangen. Hütter war sogar der Ansicht, dass er eine tragfähige Vermutung bezüglich des goldenen Apfels hätte. Hier mussten wir eingreifen, erklärte Vater Abraham. Die dunklen Seelen der Deutschen verfolgten bösartige Ziele und bedienten sich inakzeptabler Methoden. Wir konnten es unmöglich zulassen, dass sie Erfolg hätten, denn dies widersprach in aller Deutlichkeit unserem Kodex. Wir mussten sie mit allen Mitteln aufhalten und wir können von Glück sprechen, dass dies mit Gottes Hilfe möglich war. Mit Hilfe eines Kopfschusses, verbesserte ich. Der Priester hob unschuldig die Hände. Wir sind bloß Gottes Werkzeuge und ich bin mir sicher, dass es Gottes Wille entsprach, die Ermordung von Ihnen, Dr. Watson, und von Mr. Holmes zu unterbinden. Diesbezüglich sind wir auch sehr dankbar, musste ich eingestehen. Doch wie geht es jetzt weiter? Soweit es mich betrifft, stellte Holmes klar, ist meine Arbeit getan. Der Fall des entführten Professors ist aufgeklärt und das Opfer befreit. Dies und nicht mehr habe ich meinem Bruder Mycroft zugesagt. In meinem Bericht muss eine etwaige Geheimgesellschaft der Gralshüter nicht vorkommen. Wer die Spuren gelegt hat, bleibt offen. Dafür wären nun wir sehr dankbar, sagte Scott, denn unsere Tätigkeit muss fortgesetzt werden. Der Gral ist weiterhin in Gefahr und es ist nicht auszuschließen, dass die deutsche Regierung einen neuen Versuch unternehmen wird, ihn in die Hände zu bekommen. Aber was ist mit der britischen Regierung? fragte Professor Troy. Immerhin habe ich ihr versprochen, den Gral für Krone und Vaterland zu beschaffen. Vater Abraham und Scott tauschten einen gewiss bedeutsamen Blick aus, ehe der Priester antwortete, die Bemühungen der britischen Regierung werden eingestellt werden. So viel ist sicher. Troy setzte eine verständnislose Mine auf. Woher wollen Sie das wissen? Ich wurde schließlich von höchster Stelle beauftragt. Es besteht kein Zweifel, insistierte Abraham. Mr. Holmes wird uns behilflich sein, seinen Bruder davon zu überzeugen, dass eine weitere Suche sinnlos ist. Denn das ist sie tatsächlich. Das verstehe ich nicht, murmelte der Professor. Sie und Scott wissen doch, wo der Gral ist. Sie werden es bald verstehen, versicherte Scott milde lächelnd. Und Sie werden mit den Umständen höchst zufrieden sein. Das kann ich Ihnen versprechen. Nun gut, knurrte Troy eher widerwillig. Bitte, dann fahren Sie fort. Wie bereits erwähnt, erläuterte Scott, erwies es sich im Laufe der Jahrhunderte für notwendig, ein besseres, ein absolut sicheres Versteck für die heilige Reliquie auszuwählen. Die Gralshüter haben lange und intensiv beraten und diskutiert, bis sie eine befriedigende Lösung fanden. Ein Versteck, das niemand vermuten würde. Ein Ort, der maximale Sicherheit gewährleistet. Seit etwas mehr als 200 Jahren befindet sich der Gral nun an derselben Stelle. Dieses Geheimnis ist unsere Verpflichtung und unser Vermächtnis. Nur würdige Personen können eingeweiht werden. Und Sie, meine Herren, ergänzte Vater Abraham, haben sich als würdig erwiesen. Sie haben das Recht erworben, den Aufenthaltsort des heiligen Grals zu erfahren. Jedoch werden Sie dazu verpflichtet, das Geheimnis zu bewahren. Ich muss gestehen, dass ich mir nicht sicher war, ob ich eine solch große Verantwortung tragen wollte. Doch Holmes war bereits einen Schritt weiter. Wir schwören, verkündete er übertrieben feierlich. So wahr uns Gott helfe. Holmes, rief ich, sollten wir nicht zuvor darüber sprechen? Wie Sie wünschen, mein lieber Watson, erwiderte mein voreiliger Freund. Also, wollen Sie nun den Gral sehen oder nicht? Aber das ist nicht so einfach, stotterte ich unsicher. Doch, entgegnete Holmes, so einfach ist es. Sie haben ein Angebot erhalten, das Sie nicht ausschlagen sollten. Ich entscheide mich für den Gral, meldete sich plötzlich Troy zu Wort. Und ich verspreche, für immer und ewig zu schweigen. Dass der Professor nicht auf sein Lebensziel verzichten wollte, war nur logisch. Da ich nun aber ohne dies überstimmt war, fügte ich sogleich hinzu, meinetwegen, Ich gelobe. Dann ist es beschlossen, stellte Vater Abraham fest. Sie können den Gral sehen, aber nicht anfassen. Sie werden nicht über seinen Aufenthaltsort sprechen. Mit einer Ausnahme. Mr. Holmes wird morgen seinen Bruder ins Vertrauen ziehen, um zu erwirken, dass die Suche eingestellt wird. Wir werden Ihnen noch darlegen, wie dies zu geschehen hat. Da dies geklärt ist, fügte Scott hinzu, können wir sofort aufbrechen. Ich hoffe, wir müssen nicht zurück nach Wales, jammerte ich vorsorglich. Doch Vater Abraham meinte, keine Sorge, wir werden London nicht verlassen. Und so geschah es. Wir bestiegen das Automobil des Erzbischofs, wobei nun der Priester wieder das Steuer übernahm und Holmes nur auf dem Beifahrersitz saß. Auf der Rückbank mussten Scott, Troy und ich recht eng zusammenrücken, um für alle Platz zu schaffen. Abraham lenkte den Wagen von der Tudor Street in die Fleet Street, wo er eine östliche Richtung einschlug. Als wir uns Lutgate Hill näherten, ahnte ich, was unser Ziel sein musste. Die dort befindliche St. Paul's Kathedrale, der Sitz des Bischofs von London, dessen Neubau nach dem großen Brand tatsächlich auf die Jahrzehnte rund um das Jahr 1700 zu datieren ist. Es erschien mir überaus naheliegend, den Graal damals in den Fundamenten versteckt zu haben. Doch der Priester machte keine Anstalten, bei der Kathedrale anzuhalten. Stattdessen fuhr er weiter, in leicht südöstlicher Richtung, in die Cannon Street. Scott musste mir meine vorschnelle Erwartung angesehen haben, denn er sagte, »Nein, Dr. Watson, die St. Paul's Kathedrale ist es nicht. Wir müssen geradeaus weiter, bis zum Fluss.« In mir breitete sich eine neue Ahnung aus, aber ich hütete mich davor, mir abermals etwas anmerken zu lassen. Doch diesmal sollte ich recht behalten mit meiner Vermutung, wie sich vor Ort bestätigte, als Abraham das Automobil endlich anhielt. »Alle aussteigen«, forderte er uns auf, während im Hintergrund das Krächzen einer Gruppe von Raben zu hören war. Der Rest ist rasch erzählt. Abraham und Scott führten uns zielsicher durch die Anlage mit ihren alten Mauern. Im richtigen Gebäude stiegen wir die Treppe nach oben und kamen in den fraglichen Raum, in dem der Gral zu finden war. Meine fiebrige Anspannung wich tiefen Emotionen religiöser Natur, wie ich sie seit langem nicht mehr gefühlt hatte. Als uns der heilige Gral von seinen beiden Hütern schließlich präsentiert wurde, konnte ich die unmittelbare Gegenwart Gottes spüren. Doch es war nicht Gott, sondern Holmes, der seine Hand auf meine Schulter legte und flüsterte, »Ich freue mich schon darauf, das alles meinem Bruder zu erklären.« »Ich freue mich schon«, »Ich freue mich schon darauf, »I will hier nein, ich freue mich schon«, »I will hier nein, Vielen Dank.